Mit diesem Film möchte ich Ihnen einen ersten Eindruck über meine Person geben. Meine Freunde sagen über mich, dass ich eine warmherzige Person bin, dem man vertraut. Ich bin eine ordentliche und zuverlässige Person. Vielleicht sind das auch ein paar kleine Tics von mir. Ich lebe gesund und das hält mich vital für den Job. Ich habe viele Talente, aber mein Lebensweg drehte sich immer wieder um den kaufmännischen Bereich. Dies spiegelte sich in meiner Tätigkeit zu pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten und meiner jetzigen Umschulung zur Industriekauffrau wieder. Als Mutter einer vierjährigen Tochter war ich schon immer berufstätig, denn schon früh habe ich für eine liebevolle Betreuung gesorgt. Weil ich ein ausgesprochen gutes Sprachtalent besitze. Weil mir das kaufmännische Rechnen sehr liegt. Weil mir das Arbeiten mit Dokumenten sowohl analog als auch digital Spaß macht. Interessiert? Dann freue ich mich auf das erste persönliche Gespräch mit Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017